10 Minuten Leo der ist 8 Minuten lang K K Alter dass ich mal killen warum damit der Scheiß-Speed-Trank weg ist Dankeschön wie bist du hier reingekommen hat Alter jetzt geht die Scheiße wieder los war Zollte wahrscheinlich Schöner oder Ursula guck mal jetzt schaffe ich es gezeigt ich hab's aber ich hab's ich hab's ich schaff's das war ein Sprung 1 nein das nicht macht ich hab das nicht ja so schaffe ich definitiv nicht ja aber fast ja auch ohne Schlagenschaft ist wenn ich mal in Ruhe lässt dann schaffe ich es fast ganz knapp ich hab's du bist du nicht ob das geht ich bin mir nicht ganz sicher ich hab's nicht mal erstens es ist so nach unten es ist gut geschafft denn es geht ich hab's auch geschafft ja hier jetzt k scheiße nicht drüber k mit dem einen nicht gelten bleiben nach unten gut ich hätte sehr oft ich habe es Bock meint es zu schaffen und also hätte ich wahrscheinlich schwingt ihr müsst es auf einmal so hält das von dem Weg hast du dann noch in die Decke ist aber voll hält Echt verwechselt ist der Kult muss man die Klinik an das macht nur jetzt Prozent es gibt es nicht Kursung Prozent 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 Leute bis zu dem oder so wird manche nicht schaden um ja komm jetzt reicht aber hier jetzt reichte ich will das jetzt machen alter was hast du gemacht was machst du bist so ein arsch was machst du die ganze zeit du bist so ein cheater ja kommt verreckt in der laber jungen ich muss die polizei spielen weiß alter du bist so ein gut war ich bin der kinder und ich muss die polizei machen mit den jahren schweißen zwei der was sind schüttler was ich jetzt wieder vorgekehrt gar nicht ein scheiß mehr alter weißt du was weißt du was ja ich weiß was alter bis zu einem Arsch war ich bin hier so entweilt und jetzt schlägt mich unter das war so haben klar das war so auch so haben wir klar ja aber alter ein scheiß ist wenn ich wieder herr da alle da die wir es nicht schaffen die schon entweit war und du mich dann immer runterfotzen muss ich hätte bestimmt schon geschafft wenn du nicht da warst nein wo warst du ich war bei dem war ich auch k das sind nur ein scheiß gehen wir dann okay gut lassen das ist einfach die kenne ich bitte mal nein nein du kennst mich lieber doch nicht ich bin ich lieber in der Sorte aber es ist sicherer ich bin ich jetzt damit die ganzen Diamantkacke und so weiter vergessen Alter was macht denn du hier für ein Kack war noch gar kein Kack was der Überlöcher rein ja das war gut war halt nachkommen ich mache es einfach noch mal mir wird es zu blöd mit dem mit dem Sprung der Bärbeck das vorwassen nun hier wieder der Leon was sind nun wieder der ich bin er hat und muss unbedingt der andere und was er macht er hat wirklich immer immer es muss einfach sein nachher fällt 2 gut ach komm hat sich auch mega leck 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 so ach ja sehr schön meine frage ich will es jetzt endlich mal schaffen hier will gar nicht wissen wie lange wir jetzt schon an diesem scheiß Tag weiter das war so klar leben ich wäre ihr untergefallen geschlagen ich wollte nur schauen wie weit du kommst ja Mama ja ach fehl halt's Maulian ernsthaft es nervt hör auf wir hören jetzt auf ok ist langsam echt behindert Hals Maul wohin wohin oh nein jetzt kommt wieder so ein Kack-Ecksprung war dann wieder so ein Kack-Ecksprung war dann wieder so Alter du bist so ein Scheißkind da geht uns wieder hin dass es mir scheißegal was du machst halt jetzt nicht er hat k 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 Acker aber immer doch Neu hat den Block kaputt gemacht bei der Karte 3.0 K K K K KG das hat das bestimmt entlaut er war sie sie ein Scheiß wenn du die sogar schon oder Wartemann läuft hier ist ganz besetzt und ich weiß es gar nicht ich schätze ich war mit der Ecksprung gemacht hast keine Ahnung so hat er auch vor allem Sprengen schafften wir uns bestimmt nach gut ich danke dir Gott ich danke dir Gott ich danke dir ich kann als man den Heizung Schuss Heizmann der wenn ich jetzt unterschätzt nicht jeder wieder hingeht er sagt die längst nicht so abjubig die Welt wieder hin war ja aber wir machen jetzt ein Checkpoint wenn man hier ist darf man da wieder hin und wieder einmal bei dem da ist bei den Dinger also damit hat den Blocken gemacht hat die sich wieder abholen muss k k dankeschön weiter passen guru kackt Wattner Kugel 3 das sage ich dir nicht Nein, ich meine die, die wir jetzt gerade machen. Das sage ich dir trotzdem nicht. Irgendwas mit P. Boah, Wurus. Irgendwie kann ich mich gerade nicht konzentrieren. Sorry. Und dann hängen wir so eine Folge nur an der Challenge. Hallo, weißt du, das ist mindestens schon ins Alter. Zumindest schon sind zwei Folgen. Oder drei, ne, drei, nicht. Also wir nehmen jetzt insgesamt schon drei oder vier Folgen oder sowas auf. Sorry. Okay, ich schlag dich jetzt nicht mehr, weil wir sollten es langsam schaffen, weil sonst werden die Zuschauer wieder schalten einfach weg, obwohl wir so geile Sachen machen. Boah. Oh, ich würde gerne hier rein. Ha, Checkpoint. Ha, Checkpoint. Scheiß. Konzentration. Noch ein Scheißer. Dann nur bis sogar beim Checkpointen. Nein, boah. Ja, Checkpoint. Alter, ein Shit, ne? Jetzt macht er lehren, jetzt macht das. Oh, ey. Nicht. Warum bin ich nicht mehr im Checkpointen, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Das ist so behindert. Boah, ey, wie soll da nicht springt der Scheiß-Typ-Arschkacke? Ach ja, alle, übrigens, ich hab einen neuen Skin, ne, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ja, passend zum geilen Intro. Ja, unser Intro, das hat uns der coole, 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 be cool Let's Play gemacht. Ich will auch ein Intro mit meinem Skin. Ha, geschafft. Noob. 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 So, und jetzt gibt's aber nicht, jetzt gibt's Fasseln. Jetzt gibt's aber nicht, jetzt gibt's Fasseln. Jetzt gibt's aber nicht, Fasseln. Alter, scheiße, wichst nicht immer so. Wie war das hier? Alter. So war das, oder? Jetzt konnte ich da nicht drauf, das ist doch behindert. Ich bin der Kinder und ich spiele jetzt ein paar Katzen. Ach, scheiße. Okay, aber das, wenn ich jetzt noch ganz okay, ich mein, das hab ich jetzt vorhin auch gemacht. Ja, letztes Mal. Nein! Wer das nicht schafft. Au! Guck mal, Le, und so geht das. Scheiße! Ich sitz nur blockwähig, ich bin so blöd. Ist der so richtig? Oh, jetzt krieg ich gar nicht mehr auf die Reihe. Was meinst du, wie das vorher bei mir war, war? Boah, jetzt, alter, jetzt reicht's mir langsam. Das haben wir jetzt voll verkackt. Stimmt der Block so, ich weiß es gar nicht, ich glaub nicht. Stimmt der so? Ich weiß es nicht, ich muss kurz testen, ob der Block stimmt, Bade. Ja, also stimmt der. Ne, der stimmt so nicht, kann ich gar nicht schaffen. Jetzt, Mann, Kieler, bis sich behindert. Hallo. Tja, ich bin halt der Kieler, und ich block mich voll. Troll, ne? Ja, aber du nicht vom letzten Sprung, man! Ja, aber du nicht vom letzten Sprung, man! Okay, nicht vom letzten Sprung, lieber hier, wa? Das ist viel cooler. Schon mal. ... Ich hab' ne Idee, weißt du! Schal' aber, ich bin sicher, ja, ich hab' mal die Idee, oder? Hier bin ich dabei, ja, ich zu schal' aber nicht. Oke, jetzt bin ich fertig. Lass mich ganz schön. Schal' aber nicht, ich hab' nicht mal auf dem Boden! Ich hab' nicht be convey, so. So, glaub' ich hab' die Idee, das war schön, ich hab' nicht. jetzt sind auch die Scheiß-Katzen Viecher und ich kann ihn schlagen er wird mich nicht mehr runter wie sind die denn alle in den Ecken Junge ich muss die mal mit Lava zu kommen habe ich das Gefühl okay ich hab's auch geschafft sehr schön dann müssen wir noch diese Scheiß Viecher hier können ja weil die Nerven weil die dann wiederum bach ich schon wieder Labyrinth weil das Server dann wieder backt weißt er gut die Deine jetzt ein bisschen war ich komme boah ich hasse Labyrinth